Weil wir so langsam zum Ende kommen. Mich würde sehr interessieren, weil du einer meiner Lieblingsschauspieler und MCU-Charaktere bist. Mich würde interessieren, ob du schon die Chance hattest, Spider-Man No Way Home zu sehen. Und was du meinst, wie Bucky Barnes geantwortet hätte. Ich will gar nicht weiterreden, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich noch nicht im Kino war. Ich habe es noch nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Aber ich möchte ihn sehen, weil ich diese Idee cool finde, dass diese ganzen Charaktere zurückkehren aus der Vergangenheit. Und ich würde gerne sehen, wie sie alle in diesem einen Film interagieren. Aber ich mag es grundsätzlich nicht, Tom Holland zu supporten. Also das macht es schwieriger. Ich supporte die Filme, aber ihn nicht so sehr.